So, hi Leute, willkommen zu einem anderen kurzen Let's Play von mir. Diesmal geht es um ein Spiel, das vielleicht der ein oder andere kennt, wahrscheinlich aber eher nicht. Es ist so ein bisschen unnötig, es geht um Soccer Physics. Es ist im Grunde ein Fußballspiel, bei dem man nur eine Taste drücken muss und das ein bisschen gut abteilen. Ich habe euch in die Beschreibung den Link gepackt, wo ihr es selber spielen könnt. Müsst man unbedingt schreiben, was ihr von dem Spiel haltet und was für Erfahrungen ihr mit dem Spiel gemacht habt. Und ich würde sagen, dann hauen wir mal ein bisschen rein und dann sehen wir mal weiter, wie es läuft. Nein, ich bin nicht cool. Ah! Was ist das denn? Wer macht einen Überschlag? Nice, ich schneide es auch noch. Was? Ich will doch noch den Ball. Was tut ihr? Nein! Oh mein Gott, diese Grafik, diese Grafik. Was macht ihr denn da? Minitore. Was macht dich denn da? Komm schon, Kopfball. Jawoll. Football, Football. Ähm. Was machst du da? Was? Nein, geh weg. Geh weg, geh in dein Tor. Geh in dein Tor. So ist es gut. Was tust du? Warum schlägt der ein Rad? Warum machen die alle ein Spagat? Ja, da muss man skillen, das ist ein Keuner-Spiel. Da muss man im Gesicht schießen. Komm schon, komm schon. Was? Warum machen die Kopfstand? Nein, 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 nein. Ihr schafft das. Kick. Was? Was? Nein. Scheiße. Football, da bin ich besser. Komm schon, komm schon. Beweg dich. Nicht so. Jetzt zeigen wir der Roten-Mannschaft mal, wie das geht. Ins Gesicht geschossen. Ich finde es gar nicht awesome. Man kann in diesem Spiel einfach nicht gut sein. Es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Es ist nicht möglich. Was sind eure Köpfe? B-bruder. Was? Was ist das? Nein. Nein, was tut ihr? Komm schon, komm schon. Nein, der geht bei euch ins Tor. Und wenn ich über eure Gesichter springen muss, das ist mir egal. Ah ja, mh, ah. Ah, Gangbang. Mh. Nein, wieder so'n rutschiges... Nah dran. Komm schon, das können wir. Komm schon, Jungs. With your fucking face. Ah. Ah. Was ist das denn? Komm mal, die Rutsche vom Ball weg. Was? Was? Komm, bauen sie uns vorwärts. Was geht dafür? Was? Ah. 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 Ich kann einfach nicht. Ne, wie? Nein. 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 Was tut ihr da? Ja. 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 Du stehst auf dem Kopf am anderen drauf. Warum tust du das? Warum? Warum was tue ich denn da? Es hat mir ja kein Gefühl. Leute, was macht ihr ohne Kopf? Nein. Ich kann halt. Das ist halt ein bisschen kopflos, das Spiel. Boah, Kung Fu, Mann. Mit Kung Fu rein. Nein. Geht weg vom Tor. Ah. Ich berg dich jetzt. Hm. Hm. Ah. Nein. Nein. Das machen wir jetzt. Zeigen es denen. Zeigen denen, was Skill ist. Voller Körpereinsatz. Das geht. Das muss. Mit Körpereinsatz. Jawohl. Nein. 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 Das machen wir. Nein. Nein. Nein, 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 nein. komm schon das geht auch besser wozu habe ich euch jahrelang in der arctus trainiert ihr kriegt das hin ja das kriegt ihr das kriegen wir also so läuft so ein spiel warum regnet es jetzt spiele was also wenn ich selber spielen wollt link ist da zeigt mir einfach mal was ihr verfahren mit dieses spiel macht es einfach das ist unglaublich witzig er könnte es gegeneinander sogar spielen und sie müssen nicht gegen computer spielen und dann sagt moment was ihr von dem spiel haltet ich will das unbedingt wissen also haut rein und bis zur nächsten folge von ake bla ake place irgendwas das werdet ihr schon finden macht's gut ciao